Musik Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben! Wir haben uns jetzt ein Uber bestellt und fahren jetzt vom Ostl zu Christus-Statue und dort könnt ihr euch die ganzen Menschenmaßen mal ansehen, die wir oben getroffen haben. Schaut mal hier rechts die Berghänge hinauf, dort seht ihr die Favelas. Rio ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Bergen und auch ganz, ganz viel Grün. Die letzten paar Meter fahren wir nur durch Wald und den Berg hinauf. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt haben wir uns erstmal ein Ticket gekauft Auf diesem Ticket steht die Uhrzeit drauf. 9.20 Uhr. Also um 9.20 Uhr dürfen wir erst hoch zur Christus-Statue fahren. Bis dahin dürfen wir uns hier unten noch vergnügen. Schaut mal auf dieses Modell. So schön grün ist Rio de Janeiro wirklich. Musik 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 Wir haben unser Ticket bekommen und eine Uhrzeit und zu dieser Uhrzeit müssen wir hier ankommen und dann dürfen wir hier durch. Voll durch den Souvenirladen werden wir hier durch begleitet und wenn man früh morgens hier kommt, wie wir, dann muss man nicht so lange warten, aber wenn man mittags kommt, doch. Durch die erste Kontrolle sind wir jetzt durch. Jetzt traben wir zum Zen. Jetzt wird es langsam warm. Musik 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 Die paar Stufen haben wir jetzt hinter uns gelassen und guckt mal, yeah, von hinten sieht man sie, wenn man hochkommt. Musik Musik Der Ausblick ist einfach fantastisch. So viel Grün hatte ich niemals im Leben in Rio erwartet. Musik 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 ist schon der hammer oder wie überwältigend und wuchtig er auf uns herab schaut was gibt es denn jetzt noch schönes zu sehen da hinten schaut mal wo der orangene feier ist dort ist der zuckerhut da waren wir auch schon oben das video verlinke ich euch am ende des videos hier ach ja hier ist der bekannte strand copacabana und neben auch noch ipanema kennt man eigentlich auch oder so jetzt habe ich aber genug von dem gedrängel und gerangel hier oben jetzt geht es wieder bergab wenn euch das heutige video gefallen hat dann könnt ihr mir gerne einen daumen hoch geben und wenn ihr noch mehr rio de janeiro videos sehen wollt dann könnt ihr meinen kanal oben auf den kopf der christusstatue abonnieren links trägt sie die playlist von brasilien und rechts die playlist von alle meinen ländern und danke euch dass ihr bis zum ende geschaut haben bis bald tschüss